Es gibt verschiedene Gründe, warum das Thema Religion am Arbeitsplatz zu Missverständnissen und Interessenkollisionen führen kann. Während an den Kaffeemaschinen in Deutschland Arbeitswelt häufig über die letzten Bundesliga-Ergebnisse die beste Diät oder eine coole Zigarettenmarke diätet wird, ist Religion selten ein Thema. Häufig haben wir die Meinung, dass Religion im Arbeitsleben nichts zu suchen hat. Oft hat man Angst, zu wenig über der Religion zu wissen oder einfach negative Vorurteile zu bestätigen. Religion am Arbeitsplatz. Schauen wir uns das genauer an. Es ist wichtig, in einem Betrieb anzuerkennen, dass unterschiedliche Kulturen nicht nur zu uns kommen, sondern auch unterschiedliche Religionen. Es ist nun mal so, dass wir Christentum, Judentum und auch Islam haben. Auf diese Vielfalt müssen wir Rücksicht nehmen, weil wir wissen, wenn man die Leute in ihrer Kultur und in ihrer Religion anerkennt, dementsprechend auch die Produktivität besser wird. Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, dass man die Menschen mit ihrer Herkunft und ihrer religiösen Einstellung ernst nimmt. Religion darf nicht verboten werden. Gerade die Menschen, die hier in Deutschland leben, haben alle das Recht auf freie Religionsausübung. Allerdings gestaltet sich das nicht immer so einfach am Arbeitsplatz. Zum Beispiel das Thema Kopftuch. Da ist es so, dass ich der Meinung bin, dass das Kopftuch tragen überhaupt kein Problem darstellen sollte. Denn ob ich jetzt ein Kopftuch trage oder einen Zopf, macht da jetzt nicht so den Unterschied. Allerdings muss man aus Sicherheitsgründen darauf achten, dass das Kopftuch aus reiner Baumwolle ist. Mir ist wichtig, das Kopftuch zu tragen, da ich strenggläubig bin und im Betrieb stellt das gar keine Probleme dar. Ich muss nur darauf achten, aus welchem Material es besteht. Bei der Religionsausübung am Arbeitsplatz muss man zunächst klären, ob es einen Bedarf überhaupt gibt. Ob die Menschen überhaupt das möchten. Ich glaube, wenn man diese Frage stellt, geht es in erster Linie um Muslime, weil sie vielleicht aufgrund des Geburts fünfmal am Tag beten müssen. Aber auch da wissen wir, dass viele Menschen, die muslimischen Glaubens sind, ganz genau wissen, dass man das nicht kann, weil wir in Deutschland leben. Und deshalb muss man erstmal den Bedarf kreiten. Im Übrigen ist auch Religion eigentlich Privatsache. Nicht jede Firma muss darauf Rücksicht nehmen. Wenn man das mit den Leuten klar und deutlich kommuniziert, dass das nicht geht, dann sind die meisten auch in der Lage, das zu akzeptieren und sie akzeptieren es auch. Der Koran gibt feste Gebetszeiten mit einer bestimmten Zeitspanne vor, in der man beten kann. Also ist man schon flexibel. Wenn man während der Arbeitszeit beten will, das kann man machen. Dafür braucht man keinen eigenen Gebetsraum. Die kann man in einem Aufenthaltsraum machen. Ein Kollege von mir betet in der Unkleide. Aber ich habe da nicht gebetet, weil ich finde, da unruhig zu beten. Mitarbeiter sollten sensibilisiert werden. Gerade bei den Themen Tragen des Kopftuches oder auch Gebete. Ein anderes Beispiel wäre da auch die Kantine. Dort könnte man Speisen anbieten, wie Schweinefleisch los oder auch vegetarisch. Oder auch Betriebsfeiern. Wir handhaben das so, dass wir ab und an Betriebsfeiern veranstalten und dort einfach jeder etwas Spezielles mitbringt. Und so gestalten wir unsere Betriebsfeier multikulturell. In jeder Firma muss man darauf achten, welche religiösen Pflichten erledigt werden können. Wir wissen zum Beispiel bei Juden, dass sie Samstag nicht arbeiten wollen oder dürfen. Das ist eigentlich praktikabel, weil die meisten Femme ja Samstag ja nicht arbeiten. Die Frage wäre, wie geht man damit um, wenn Muslime sagen, wir müssen am Freitag beten. Das ist in der Tat etwas, was verpflichtend ist. Aber auch dort sieht der Islam vor, dass immer Ausnahmen möglich sind. Die Frage ist, wie die Leute mit diesen Ausnahmen umgehen können oder wollen. Darauf muss man Rücksicht nehmen und dann mit den Leuten reden, ob man das natürlich anders gestalten kann, weil der Islam das sehr vorsieht. Wie wir wissen, dass nicht jeder Katholik in die Beichte geht und auch nicht jeder Muslim ist enthaltsam beim Alkohol. Das ist auch möglich und das ist auch bei den Ritualen möglich. Feiertage in Deutschland sind in erster Linie christlich geprägt und verfassungsmäßig auch garantiert. Das wissen die allermeisten Migrantinnen und Migranten auch ganz gut. Und es gibt auch natürlich bestimmte Bundesländer, wo man zum Beispiel bei Ramazan beim ersten Tag das Kind nicht in die Schule schickt. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das wissen auch die Schulen, das wissen auch die Eltern. Aber verfassungsmäßig wird das in Deutschland nicht funktionieren, dass alle Religionen ihre Feiertage bekommen. Und die allermeisten Migranten wissen das auch und die haben auch kein Problem damit. Auch beim Fasten besagt die Religion, dass die Gesundheit vorgeht. Wenn man also aus einem Grund nicht fasten kann, kann man diese Tage, diese Fastentage nachholen. Zum Beispiel mein Vater, der auf 12-Stunden-Schicht arbeitet, kann auf der Tagschicht nicht aufs Trinken verzichten. Am Fasten erstmal der Gesundheit vorgeht, aber wenn man am Tag des Ramadan ist, muss man den Tag nachholen.